So, da sind wir wieder, in Batman Arkham Origins. In der letzten Folge haben wir Gordon und Barbara getroffen. Und, äh... Was geht hier ab? Wir müssen jetzt hier irgendwo hin. Ich weiß gar nicht, was unsere Mission ist. Schauen wir mal ganz kurz. Für eine Black Mask, blablabla, gelangen in die Kanalisation. Und durch den Revier. Okay. Oh, alter Junge. Ich wusste nicht, dass sie Leute sind. Es sind noch mehr. Es sind noch... Alter, es sind noch andere. Oh, da hinten ist noch einer. Ja, die sind ein bisschen weit weg hier. Scheiß auf. Äh, was hat man hier? Enigma. Musik kann sich mal wieder beruhigen. So, Actionare ist jetzt hier auch nicht. Ja, nehmen wir das ja mal mit. Datenpaket. Bringen wir zu irgendwas? Äh, wo ist jetzt eigentlich hier Zielort? Alter, Leute. Oh, Junge. Was soll das denn hier? So. Naja, da macht man hier einen Abgang. Ich dachte, hier wäre... Ist doch Mission. Was war die Scheiße? Ja. Hier ist die Mission. Und jetzt? Gelange. Ach so. Unter dem Revier. Alles klar. Ja, müssen wir wahrscheinlich irgendwie runter. Ja, ja, so. Ah, noch ein bisschen weiter runter, glaube ich. Batman, komm. In die Scheiße. Pff. Oh. Das ist ja süß. Oh. So. Ja, ja. Wie wir wissen, können die Polizisten nix. Ah, da ist die Tür auch schon offen. Wunderbar. Da. Die korrupten Polizisten. Die kriegen jetzt hier mal dick auf die Fresse. Aua, meine Ohren. Er lebt denn noch? Aua, das auffällt. Aua, das auffällt. Boah, komm. Was mach ich denn, Alter? So, jetzt gehst du drauf. Ah, wohl. So. Jetzt ab in die Kaka. Äh. Ich glaube, wir sind mal richtig, oder? Ah, ja. Aber ich muss den Ton ein bisschen leiser machen. Ja, bei mir. Alfred. Wo ist das denn hier? Alfred hatte gesagt, wir sollen unseren Mantel nicht so dreckig machen, weil den muss er ja waschen. Deswegen werde ich da natürlich extrem aufpassen. Kann ich das in die Luft jagen? Schade. Okay, verwauern sie denn überall so Bomben? Jetzt mal, Alter, ist hier viel. Soll das? Komisch. Das sind Black Mask's Manner. Nicht die Art, die ich in der Kanalisation verwauern würde. Boah, jetzt kommt meine Schwester jetzt da drüben. Egal, ich hoffe, ihr hört die Geräusche nicht. Ach, das sind die Leute, die jetzt kontern können. Ah, okay. Also die da in Rot, die können kontern. Kann das sonst keiner? Deswegen gleich mal auf den drauf hier. Und. Ich hoffe, du hast recht. Und gleich den nächsten. So. Bam. Aua. Alter. Ist ja voll egal. Ja, das ist ja richtig geil. Boah. Ist ja voll witzig. Gegen die Kämpfer schon ganz anders. Voll egal. Ja. Aber ihr könnt trotzdem wichsen. So. Deine Nase ist leicht verstopft. Deswegen, äh. Aber ich möchte hier einfach Batman zocken. Boah. Alter, hat ganz schön was aussehen. Muss man schon mal sagen. Boah, ey. Boah. Was soll das hier? Black Mass Manor. Wo ist aber Black Mass? Das ist hier die viel größere Frage. Ey, ich hab gekotter. What the fuck, Alter. Bam. Moment. Den will ich irgendwie anders, äh. Egal. Charaktertrophäe freigeschaltet. Kampfkünstler. Oh. Batman kann ja nicht schwimmen. Shit. Ach, was sind die ganzen Bomben? Das hab ich noch nicht verstanden hier. Entweder ich hab wieder was mitgekriegt, oder... I, wo hast du jetzt leider mehr? So, spring mal was mal in die Luft. Ah. Oh man, Batman. Du bist der Scheiße. So. Hm. 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 Weiter, weiter, weiter zum, äh... Pump Room. Alles klar. Oh, das ist ja geil. Hier regnet es ja. Ist ja nice. Regen kann man nirgendwo hin. Okay. Moment, Mafiosi. Ich höre Mafiosi. Alter. Oh, sie haben nice. Gas, 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 Gas. Gas. Aua, das ist also klar. Okay. Da ist unser erstes Opfer. Oh, was macht Batman? Ich wollte doch von unten kommen. Batman macht einen Abgang. So, da oben war da auch noch einer. Ich dachte, da oben wäre... Na komm. Ich will das... Jetzt kann man sich da nicht dranhängen, ohne Scheiß. Aber hier. So. Wunderbar. Gehen wir hier mal rüber. Hier ist wieder Dampf. Oh Gott. Und ich renne wieder rein. Okay. Hier schön sneaky. So, irgendeinen Knopf drücken wir mal drauf. Okay. Ah, hier drücken habe ich was zum... Genau, zum Ziehen. Ah, jetzt habe ich den Dampf umgeleitet. Jetzt kann ich doch da wunderbar hinfliegen, oder? Boah, ne, oder? Alter Batman, du bist ja echt so ein Stück. Ähm, okay. Machen wir das nochmal. Habe ich irgendwas übersehen? Boah, wie gibt's gerade in der Lase? So. Hm. Boah, Junge. Boah. Alter. Der Lase, der macht schon wieder hier Action. So, müssen wir denn jetzt hier... Ach so. Sag jetzt doch gleich. Komm, wir ziehen erst mal den da raus. Können wir nicht. Schade. Ich will den da. Sehr ärgerlich. Alles klar. Voll nice, dieses Ding. Und da ist auch schon unser Opfer. Ach, wie geist das denn. Äh, man hat einen Abgang gemacht. Das ging ja ganz schön schnell. Boah, meine Nase. Boah. Boah. Junge, 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 Junge. Wieder nur Bomben, 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 Bomben. Hier ist wieder irgendwas zum... Zum Hacken. Also zum Hacken. Also zum Hacken kann es geil. Pumpen... Zugang, oder? Ja, die super schweren Passwörter einfach nur. Was ist das für ein Puppi? Was ist das für ein Puppi? Noch einer, der drauf gehen will? Oh, wer ist das? Ich kann ihn gar nicht sehen. Ein paar Mal da geht ein Ding hoch, oder was auch immer. Okay, okay, okay. Ist das jetzt hier schon... Ist das am Boden hier? Kacke. Boah, ich weiß gar nicht. Raus, hier stinkt ja schon am Ende. Ich bin direkt unter dem Revier. Warum bringen Black Masks Leute hier Sprengsätze an? Die Kops standen schon auf seinen Behaltsnistern. Ist echt eine gute Frage, was der hier... Schade ist, ist er fail? Da habe ich die falsche Taste gedrückt. Ich hätte ihn jetzt auch mit einem Gleit-Betritt umlocken können. Boah, ist schon so ein Fettsack. Ne, ne. Ne, boah. Ey, lasst mich den nochmal... Boah, Leute. So, jetzt. So, jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. So, jetzt bin ich im Flow. So. Ne, ne. Boah, geil, Alter. Wie er sich an der Wand... Boah, Hammer, nice. Was ein Wichser. Boah, nee, ey. So eine Kobo im Arsch. Boah, ihr seid so scheiße. Bam, bleib gleich am Boden liegen hier. Gleich am Boden liegen bleiben wir da. So, jetzt haben wir wieder einen Schlapfer. Einfach nur aufdrücken. Oh, nice. Well, this is nice. Der Tiny. Ist das nicht dieser Hai vom Pinguin? Ey, äh... Alter, Joga. Ist das der... Alter, ist das. Boah, ist der riesig, ey. Voll der Vega-Rassler. Ach, ey, der kann noch nichts. So, jetzt bist du im Arsch. So, jetzt... Oh, der... Der hat eine Knappe. Eine Knappe. So. Der... Ohne Spaß, lasst die Knappe liegen. Aua. Boah. Hat er diese, äh... Martial-Arts-Künstler hier. Ist echt nicht schlecht. Alter, lass sie einfach liegen. Triffst eh nichts. Ach, und... Komm. Komm, 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 komm. Wie? Lass dich da letztendlich überleben, denn der muss draufgehen. Okay. Dann eben nicht. Na, komm. Was soll das denn? Äh... Hier vielleicht. Alfred, bestätige den Zugriff auf die nationale Verbrecherkartei. Verbindung bestätigt. Sie können jetzt die DNA analysieren. Ich schicke Ihnen noch die Akte zum Lacey Towers-Fall. Die Polizei besitzt eine Akte über Roman Sionis. Sionis gehört wohl die Gotham Merchants Bank, wo er das Geld seiner illegalen Geschäfte gewaschen hat. Wegen der Geldmengen hat er die Tresore mit biometrischen Scannern abgesichert. Damit nur er Zugriff auf das Geld hat. Und nur er hat Zugriff auf ihr biometrisches Sicherungssystem. Erfret, ich habe genug Informationen, um den Lacey Towers-Fall zu lösen. Es lief wie folgt ab. Na, schau mal rein. Zur Zeit glaubt die Polizei, dass Roman Sionis tot ist. Das Opfer eines Bandenkrieges. Ermordet vom Pinguin. Aber ich weiß es besser. Jemand hat Sionis Freundin eingeschüchtert. Er hat sie in sein Versteck geschickt. Was allerdings nicht mehr sicher war. Dann ist Sionis aufgetaucht. Bereit für Ärger. Den er dann fand. So scheint es. Roman war schon immer paranoid. Deshalb hat er wohl so lange überlebt. Hat einen Köder reingeschickt. Für das Überraschungsmoment. Aber es hat nicht gereicht. Es gab einen Kampf. Sionis verlor. Der Killer erschoss den Doppelgänger sofort. Aber Roman wollte er lebendig. Für Zugang zum Geld in der Gotham Merchants Bank. Mit Sionis unter seiner Kontrolle, musste er nur noch die offenen Dinge erledigen. Was für ein Monster zwingt einen Mann dazu, seine Liebste zu erschießen? Der Joker. Er ist der Schatten, den ich habe. Jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Das hat ein Gotham Merchants zurückgebracht. Ist das geil. Ist das geil. Genau wegen diesen geilen Zwischensequenzen, wegen diesen geilen, geilen Story, einfach nur feiere ich dieses Spiel ohne Spaß. Das ist so geil. Nice. 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 Verbesser den Unterbrecher, um die Lautsprecheranlage in Jägerbegiken kurzzeitig zu unterbrechen. Eine neue Ausschalttechnik, die ein spezielles Fernkrallenprojekt hier verwendet, begrenzt die Anzahl an Geschossen. Ja, das sagt man nice. Wie sieht das dann aus? Ach geil, das ist das. Ja, auf jeden Fall. So, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, meine Freunde. Ich bin dabei, Sir. Es scheint aber nichts über ihn zu geben. Was wissen Sie über ihn? Nicht viel, aber er hat Black Mask als Geisel genommen. Geisel? Also ist Sionis nicht tot? Ich glaube nicht. Nach meinen Informationen ist er dem Joker lebendig mehr wert. Der Joker braucht ihn, um in die Gotham Merchants Bank einzubrechen. Ich bin jetzt auf dem Weg dorthin. Bis zur nächsten Folge.